Unglaubliche Szenen spielen sich ab. Bei der Herkunft habt ihr es ja mitgekriegt, unsere Angelrouten sind irgendwie irgendwo auf dem Weg von Amsterdam nach Costa Rica verloren gegangen. Zwei Tage später, unser Captain Brian ruft an und sagt, eure Routen kommen. Jetzt ist der verrückte Kerl mit unserem Angelboot an den kleinen Flughafen hier geballert, hat die Routen im Boot geholt und ring, zeig noch was da unten liegt. Unsere Routen sind angekommen, das ist ja wirklich unglaublich, also das muss der perfekte Angeltag hier im Dschungel werden. Ich bin wirklich gespannt. Du machst sogar noch Ersatzt-Shirts. Frische Unterhosen und Shirts für mich. Hat mir Zepco direkt zugeschickt aus Hamburg. Wahnsinn. Ihr seid dabei im Dschungel, Drake Bay. Das kann heute nur gut werden und es war ja bis jetzt schon perfekt. Ich verlinke euch hier oben mal die Videos, Tourtag 1 und natürlich auch den Film mit meinem absoluten Traumfisch, dem Sail. Ein absolutes Erlebnis. Wahnsinn. Was wir heute machen, das seht ihr gleich. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen umbauen, obwohl wir mit den anderen Leihrouten jetzt aus der Not heraus hier auch super gut zurecht kamen. Aber ein Angler will ja seine eigene Route fischen. Und wisst ihr, was das Beste ist, was sich in dem Paket versteckt hat? Meine Solid Spin. Das ist eine perfekte Route zum Weltspin fischen und ich bin gespannt, wie sie sich hier draußen, wo überall die Monster hier lauern im Dschungel, wie sie sich hier schlägt. Jetzt wird aufgetackt und dann ist Abfahrt und wir nehmen euch mit. Wir sind ein bisschen dichter unter Land gefahren. Wassertiefe circa 20 Meter. Vor uns liegt ein größerer Berg unter Wasser. Man sieht immer so dunkle Flecken im Wasser und da betreiben wir jetzt sogenanntes Blind Casting. Also wir angeln jetzt nicht auf Fische, die wir an der Oberfläche rauben sehen. Wir versuchen durch blindes Werfen sozusagen, wie wir es zu Hause auch permanent beim Hechtangeln, ETC am Baggersee oder am Fluss machen. Ja, auf aktive Fische zu stoßen. Das Interesse der Räuber zu wecken, die hier am Grund stehen. Heiko Poppert vorne der Bootsspitze. Durch diesen Plopp an der Oberfläche erzeugt er natürlich richtig Krach und versucht so, die inaktiven Räuber aktiv zu machen. Robert und ich, wir angeln mit dem Stickbait in direkter Nähe, also hier in Bootsnähe, probieren den gleichen Bereich da abzufächern, abzuangeln und sind echt gespannt, was hier passiert. Ich werde hier draußen auch noch mal zur stärkeren Spinnroute greifen. Und wenn wir da näher unter Land fahren, wird jetzt mal meine Solid Spin mit einer kleinen Rolle, mit einer dünneren, geflochtenen, mit einem dünneren Vorfach und mit bedeutend kleineren Ködern einsetzen und bin gespannt, was uns da erwartet. Aber jetzt heißt es erst mal die großen Baits werfen, in der Hoffnung, dass der Heiko vorne mit seinem Popper genug Krach macht und hier Räuber anlockt. Aber jetzt gibt es viel Gern, mit einem solchen Baits ein bisschen Laufung mit einem Schrocken. Bis nichts Investment als Durch realtà es ist. discourten, sagst, sagst, wie Cheweh Treasure ist. Ja, 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 siehst du es? Brutal. Mach auf, mach auf. Brutal. Nein. Nein. Einer lost, einer ist drauf. Habt ihr das gesehen, ganz brutal, beim ersten Wurf direkt beim Hikon Rooster drauf. Robert hat einen verloren, der hat vor dem Boot den Köder genommen. Immer noch welche dabei. Ja, das wird nicht mehr kriegen, oder? Nicht viel, oder? so sehen die aus wunderschöne fische mit ihrem kamm für die sind wir hier gajo gajo der rooster da war eben ein turtle zu besuch also absolut brutal was man hier alles sieht wenn man die wasseroberfläche beobachtet deswegen auch ganz ganz wichtig bei diesen touren hier nutzt polarisationsbrillen ihr müsst auf jeden fall euren köderlauf sehr gut beobachten ob ihr ein follower habt also ob ein räuber dahinter her ist dass sie das zeitig genug bemerkt und auch richtig reagiert beim spinning und ihr seht auch ein haufen andere lebewesen hier durchs wasser ziehen vorhin haben wir ein schwarm größerer kuberas ist am boot vorbeigezogen wollten aber nicht fressen eben eine große schildkröte kam vorbei also man hat hier immer was zu gucken ich werde jetzt auf jeden fall mal auf eine leichtere route wechseln meine plackettroute kommt jetzt hier zum einsatz die solid spin in einer länge von 2 meter 40 70er mono als vorfach und relativ kleiner stickbait vorne dran die jungs werfen hier die riesenköder und da probiere ich mal einen kleineren köder aus totales gebiet da im hintergrund oder weißes wasser von den wellen die in den felsen sich da brechen acht meter wassertiefe direkt davor ein paar kleinere fischern war an der oberfläche gesehen ein paar hornhechte sind hier umgejumpt ich denke das sieht gut aus für unsere köder werden wir sie mal da reinjagen die 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 Ja, Manni. Rostet. Ja, nicht schlecht. Hallo? Hallo? Jetzt müssen wir schon wieder Bescheid. Hallo? Ja. Oh, Mann! Warte, warte, warte! Ja, ich sehe sie. Langsam, langsam, wir Kühe. Brutal. Alter, was da eben los war. Brutal. Brutal. Also eben. Heiko den ersten Follower. Dann kocht das Wasser. Robert hat einen verloren. Die nächste Sekunde hat er einen drauf. Und dann bei mir noch hinterher. Komplett brutal. Wie sieht es auch gut aus? Ja, leider ein kleiner, aber der große Freund ist abgegangen. Auf meine Weltspinne! So sehen sie aus. Der hat's halt da draußen. Hier, Stefan, guck dir an. So einer hängt dran bei dir. Geil. Den kleinen Kerl setzen wir jetzt schnell wieder zurück und dann kümmern wir uns um Stefans. Ali. Schönes Ding. Schönes Ding. Brutal. So, dass die noch da sind. Absolut brutal. Den kleinsten Köder. Absolut brutal. Guckt euch mal das Paddel da oben an. Den Hahnkamm. Das ist mein erster Rooster. Mit der Wallerspinne hier abgeholt. Mega. Brutal. Also was ich eben erlebt habe. Wie die alle hinterher sind. Und plötzlich knallt es wie Sau hier vor Costa Rica. Wahnsinn. Guckt euch das Ding an. Brutal. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungsverhältnis und eine fachmännische Beratung. dès Ende Mai. Hier hast du stagesiert. Fisch! Fisch! Brutal! Da hinten sehen wir! No loss! Again! Again! Ganz wichtig! Nahe am Anhieb, nehmt ihr auf, dass ihr weglaufen könnt! Jetzt machen die alles! Oh! Cript! Zeit! Ah! Wo ist das? Wir hauen euch alles zusammen! Ah! Ja! Mehr! Wo war gerade drauf? Gute Fischchen! Gute Fischchen! Brutal was jetzt los ist! Hier nochmal durch! Es sind noch 15! Einer muss ja mal die Kamera in die Hand nehmen oder könnt ihr das alle hier wahllos angeln, dann habt ihr zu hause nichts zu sehen. Der Robert seiner hängt doch dran, was eben hier los war, komplett brutal, überall Einschläge, Heiko seinen ersten Pallon, Robert wirft hin, voll einen Schlag, hier kommt er. Eskalation, selbst die Kleiderinnen waren Spaß hier. Er hat noch nicht genug. Schaut euch diese Fische an. Das ist so total. Einfach schöne Fische. Wahnsinn, ja. Das ist Top Water Action vom Feinsten. Der Bart, wer nicht an der Fische catches? Der Bart, wer nicht an der Fische fährt? Brutal, brutal. Der zweite Wurf nach dem ersten Wuster, direkt wieder ein Einschlag. Ihr seht, ihr könnt ja auch bei den Fischgrößen problemlos mit Süßwasserteckel anrücken, also mit einer soliden Weltspinroute. Die Solid Spin hier aus meiner Black Hat Range in 240 macht da richtig Laune. 20er geflochtene. 70er Vorfach, mega, absolut brutal. Wahnsinn, diese Fische. Da ist ein Jack. Ein Jacki. Siehst du? Jacki Tan. Jacki Tan. Der Knurz. Ja. Wahnsinn. Mein erster Jack. Den hast du ganz schön verärgert. Kleiner pinker Stickbait. Das macht süchtig. Brutal. Brutal. Was soll ich noch sagen? Brutal. Erstmal wieder zu Atem kommen. Das ist so ein Adrenalin. Plötzlich das Chaos hier mit Robert und Heiko. Überall kocht das Wasser mit Roostern. Ich kriege meinen ersten Rooster. Mach den zweiten Wurf. Und dann kommt der Jack. Das ist Costa Rica. Ja. Man kriegt ja nichts geschenkt. Aber am richtigen Platz werden Angler-Träume wahr. Weiter geht's. Ja. 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 Guck mal was da hinten dran noch rumschwimmt. Da sind noch vier hinten dran. Ja. Sechs oder sowas. Ja. Big Eye Check hier mit dem kleinen Köder. War genau die richtige Wahl jetzt zur leichten Route zu greifen am nächsten Spot. Wir haben sie gesehen an der Oberfläche Bill Rauben. Ein direkter Einschlag. Robert ein. Ich ein. Wir hatten ein Double Hookup und da kamen bestimmt noch 10 oder 20 hinterher. Absolute Begeisterung. Und ich will euch mal was zeigen. Ich habe ja mit Abstand den kleinsten Köder von den Jungs drauf. Ich habe den aus der Verpackung rausgenommen. Es sind Qualitätshaken drauf. Aber schaut euch jetzt mal den Drilling hier an. Den Haken, was die Rooster damit gemacht haben. Komplett zerballert. Ich war zu faul, die Haken zu wechseln. Robert und Heiko haben zu mir gesagt. Wechsel immer die Haken. Egal was es für ein Köder ist. Und sie haben recht behalten. Nichts passiert. Fisch ist rausgekommen. Aber die zerballern euch Qualitätshaken. Die Meeresfische hier immer wechseln. Und wisst ihr, was noch sehr wichtig ist? Mit das Wichtigste bei dieser Fischerei hier. Ich setze mal ab. Unsere Leech Brillen, die uns bei dem Trip hier begleiten. Mega Polarisationsbrillen. Mega Sonnenschutz. Wir haben hier schon auf 30 Meter Entfernung vom Boot die Follower erkannt. Ihr habt ja in der Kamera das Geschrei gehört. Follower, Follower, Follower. Das bedeutet nicht, wir wollen mehr Follower bei Instagram haben. Die brauchen wir natürlich auch. Das bedeutet, dass Fische in dem Köder hinterher sind. Nur wenn ihr das seht durch eure Sonnenbrille. Auf der einen Seite perfekten UV-Schutz vor der starken Sonneinstrahlung hier für eure Augen. Auf der anderen Seite aber auch perfekte Lichtbrechung. Also, dass ihr quasi durchs Wasser die Oberflächenspannung durchbrechen könnt. Und sehen könnt, was hinter eurem Köder passiert. Schaut mal in der Videobeschreibung. Da findet ihr einen Rabattcode für alle Leech-Modelle. Da gibt es 20%. Schaut mal nach. Da findet ihr sicherlich auch das perfekte Modell für euch. So. Kurze Pause. Und dann geht es weiter. Erstmal hier zur Ruhe kommen. Das nachwirken lassen. Adrenalin runterfahren. Und dann in Köder wieder raus in die Brandung. Absolut brutales Ambiente. Also allein um hier schon angeln zu dürfen, ist ein Wahnsinnserlebnis. Ja. Also ich habe so eine krasse intakte, schöne Natur nur an ganz, ganz wenigen Orten der Welt gesehen. Ja. Im Hintergrund seht ihr den Nationalpark. Kein Hotel. Keine Menschenseele. Nur wir mit dem Boot hier inshore knapp davor. Wippen wir auf den Wellen hin und her. Wirklich ganz, ganz tolle Kulisse. Ich muss meinen Kampfquart nehmen und jetzt einfach viel einfacher. Was ist denn? Check, glaube ich. Also es pumpt nach unten und nickt. Muss es Check sein. Oh, schöner. Ja, schöne Jack Trowell. Hat sich hier den Flagler Popper geschnappt. Ja, machen auch Spaß. Nicht dabei fahren beim Rusterfischen. Wir haben Freude. Kann ich den ganz normal anfassen? Nein, den ist super gefährlich. Wir haben super spitze Zähne. Das müssen wir nicht bekommen. Schaut euch mal diesen Dinosaurier an. Glaube ich, der größte Hornhecht, Niedelfisch heißen die Teile, den ich eh fangen konnte. Da haben wir hier richtig Zähne hier oben drin und hat sich jetzt richtig hier eingewickelt. Ja, so sehen sie aus. Schaut mal hier vorne die Hauer. Wahnsinn. Wahnsinn. Goodbye. Also wirklich brutal. Also wirklich brutal mit dem leichten Gerät hier in Ufernähe. Macht richtig Spaß. Und ich glaube auch irgendwann. Wir haben jetzt Mittagszeit. Wir werden auch die größeren Räuber aktiv. Irgendwann kommt die Stunde und knallt sie nochmal richtig. Weiter geht's. Wir sind heute nicht mit dem L�re. Wir sind ganz normal. Wir sind überhaupt nicht mit dem Tisch. Wir sind ein Zeige. Wir sind regelmäßig nach. Wir sind alle von Delores. Wir sind mit den Zähne. Wir sind bereit bei der Fertifache. Wir sind ein Zeige, der Schownik ist wichtig. Wir sind ein Zeige. Wir sind ein Zeige. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Einer der besten Köder hier im Salzwasser und auf Rusa ist der Hybrider J1 Tropic Also wenn ihr nach Panama oder nach Costa Rica fahrt, nie ohne euren Hybrider Dieses Gebiet hier kennen wirklich nur die Einheimischen Hier angelt kein einziger Tourist, hat unser Käpt'n uns erzählt Also es ist wirklich eine Ehre, dass er uns hier an solche Lost Places, an solche versteckten Orte mitnimmt Kurz mal zum Vorgehen, zum Tackle Ich habe zwei Routen am Start Für das In-Show-Angeln eine leichte, die Solid Spin in einer Länge von 2,40 m aus meiner Black Hat Range Ist eine solide Route, damit könnt ihr hier viel, viel machen Vor allen Dingen mega gut geeignet für so kleinere Stickbaits Drauf montiert ist eine 22er geflochtene Schnur Und wenn es dann wirklich schwerer werden sollte Also ihr ein bisschen weiter raus an die Kante geht 20, 30 m Kommt eine schwerere Route zum Einsatz hier mit einem großen Popper drauf Denn wir müssen den Fischen ja hier was bieten Dass die Statten von unten und unsere Köder an der Oberfläche wegnageln Also angelt definitiv nicht zu klein Habt keine Angst hier vor großen Ködern Wir angeln direkt an der Oberfläche Vor allen Dingen jetzt die Poppers ist ein Garant Also ein richtiger Krachmacher, um die Raubfische anzulocken Und wie gesagt, die statten halt nicht wegen der Sardine Großer Köder, dann denkt ihr sich, okay und Action Ihr geht ja auch nicht ins Restaurant und bestellt nur eine Olive Ihr wollt ja dann auch, wenn ihr Hunger habt, einen fetten Burger oder ein dickes Schnitzel Soviel zum Setup Auf dem Boot, wenn es raus geht Egal ob ihr Inshore oder Offshore angelt Braucht ihr ja gar nicht viel mitnehmen Ich habe hier so eine wasserdichte Tasche dabei Die hatte ich auf dem Flug, auch im Handgepäck Das sind meine wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, die jetzt drin, die ich hier draußen brauche Ganz wichtig ist natürlich Sonnencreme Das braucht ihr hier draußen, damit er nicht verbrennt Dann nehmt auf jeden Fall so leichte Handschuhe mit Die tragen wir beim Angeln, wenn ihr schwitzige Hände habt Oder durch die Sonnencreme irgendwie flutschige Finger bekommt Damit ihr eure Rute und eure Rolle fest im Griff habt Und schön gemütlich sicher angeln könnt Dann habe ich noch in der Tasche eine Regenjacke drin Kann ja hier auch mal regnen, dass ihr einen leichten Schutz habt Aber ist ja mega warm Und in dieser wasserdichten Tasche noch eine kleine wasserdichte Tasche Hier, da ist drin ein bisschen Kameraausrüstung Ein paar Kopfschmerztabletten, ein bisschen Magnesium Ein Feuerzeug, die Batterien für die GoPros Und noch eine Ersatzsonnenbrille, falls meine Flöten geht Und mehr braucht ihr hier draußen gar nicht Auf dem Boot haben wir eine große Kühlbox mit Da sind ein paar kalte Getränke drin Ein bisschen Weihfood Und mittags haben wir auch einen Lunch-Service Also die Einheimischen bereiten uns morgens was vor Ein bisschen Reis, ein bisschen Fleisch Je nachdem, was ihr gerne mögt Das ist dann auf dem Boot drin für die Mittagszeit Und dann geht es schon los Dann könnt ihr euren ganzen Tag hier durchangeln Und dann geht es schon los Booster, also das macht süchtig Das macht süchtig Ich habe da auf dem Herflug Robert hatte mir da so ein paar Bilder gezeigt Sag ich, so einen Fisch würde ich gerne fangen Heiko hat mir erzählt In einer anderen Destination hat er einen in der Woche gefangen Also es ist nicht immer alles so einfach, wie es aussieht Und wir haben ein, zwei Stunden gesucht Und plötzlich war das Chaos hier am Boot perfekt Überall hat es geraucht, überall Aktionen Fische ausgestiegen, Fehlbisse, dann ging es weiter Also das war wirklich ein brutaler Tag Wenn ihr Bock habt, sowas Verrücktes auch mal zu erleben Meldet euch bei mir Schaut mal in die Videobeschreibung Ich plane für nächstes Jahr eine Tour Wo wir dieses Paradies hier zusammen beangeln können Seid dabei Alles was ihr mitbringen müsst, ist gute Laune Der Rest ist hier vor Ort Der Rest ist organisiert Wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend Ich bringe erst mal einen Pool in der Lodge Und wie es weitergeht Morgen Ich will jetzt schon gar nicht mehr davon sprechen Morgen wollen wir uns mal mit richtig großen Tunas anlegen Und ihr seid dabei Vielen Dank fürs Zuschauen Bleibt gesund Alles Gute für euch Euer Stefan Ciao, ciao